Willkommen meine lieben Freunde zu Zombie Army Trilogy Folge 26 hier mit dem Jumbo und dem Ingerim. Uhu! Na ja, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es ist auf jeden Fall das finale Level in der finalen Episode. Und mal gucken, ob es die finale Folge wird, wissen wir noch nicht. Mal schauen. Ich gehe ja mal nicht davon aus, dass wir den Endboss direkt beim ersten Mal schaffen, aber mal schauen. Ich würde sagen, wir rücken weiter vor, oder? Ja, ich glaube aber schon, dass wir das schaffen, ne? Wir sind ja High-Skill und... Achso, du gehst jetzt da runter, okay. Ich wollte ja nicht hier oben gucken. Achso, ja, dann guck doch du erst da rum. Okay, ja, ich... Mal gucken, ob hier überhaupt was ist. Da ist noch ein bisschen Munition. Okay. Passiert da unten irgendwas Schlimmes? Ne, ne? Ja, ein paar Zombies kommen, aber... Ja, hier ist aber auch nur Sackgasse eigentlich. Nicht nur Munition rum. Ne, ist nichts. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch was. Ich weiß halt nur nicht, ob ich hier reinlaufen darf, ob das nicht von irgendwo anders getriggert wird, dass das dann angeht und ich wegfetze. Ähm, also ich glaube, wir können nur hier lang. Okay, du läufst einfach gnadenlos... Achso, warte mal hier... Wo, 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 wo. Naja, wir können damit interagieren. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich denke mal, wir können hier durchlaufen. Und jetzt sind die immer mal wieder so Station, oder? Oder? Ne, jetzt gerade nicht. Ist auch gerade verdächtig leise hier, finde ich gar keine Musik und so. Oh, mal schau. Ei, ei, ei. Oh, da ist ein Sniper. Oh ja, ich sehe ihn. Tod? Sehr gut. Mein Gott, hier werden also Zombies hergestellt, oder? Ach, guck mal, hier, die gehen da hin und werden da mit aufgenommen. Hä, guck mal, die kommen da raus. Und gehen dann da ran. Das sieht fertig aus. Da ist so ein Beschwörer, kann man den vielleicht töten? Ach, guck mal, jetzt ist der Produktionsablauf gestört. Ach, guck mal, jetzt ist da was aufgegangen. Ah, ne, komm, nicht unendlich. Schade, eigentlich. Okay, ein bisschen komisch. Okay, müssen wir hier runter? Nee, oder? Ich weiß nicht, hier vorne könnte man gleich auch noch lang. So ein bisschen. Okay, lass doch mal jetzt mal gucken. Das ist schon ein bisschen freaky hier, ne? Essen, Yankee, guten Appetit. Mein Gott. Alles klar. Das große Fest. Mein Gott. Ach, was ist das denn? Wie f*** denn? Propaganda für die Zombies, komm hier rein, ne? Ja, aber du kannst... Das ist bescheuert. Du kannst hier alle töten. Sehr gut. Das ist natürlich toll. Okay, ich glaube, hier können wir auch nicht weiter freien. Hätte man, oder? Nee, hätte man doch nicht. Nein, nein. Konnte man doch nicht interagieren. Hier runter, vielleicht? Ja, gehen wir erst mal lang, ne? Sieht so aus, ne? Ah ja, hier müssen wir lang, glaube ich. Ja, so werden wir hier auch runterspringen können, ne? Ja, gut, aber... Ja, da geht es auch ziemlich tief runter, da sollten wir nicht lang, okay? Sollen wir hier echt runterspringen? Das sieht so kanalmäßig aus. Ja, wir können jetzt auch eigentlich die Runde beenden, ja. Ja, ich glaube, wir beenden hier das Let's Play dann, an dieser Stelle. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und hören auf. Einen kleinen Cut und lassen es einfach. Wir haben keinen Bock mehr. Das wird uns so freaky. Das ist so freaky. Na ja, ich meine... Gibt der mal an der Wand. Er ist völlig normal, eigentlich im Spiel. Oh, äh... Hier müssen wir interagieren, warte mal eben. Achso. Oder... Achso, nee, nee, warte, mach mal. Ich glaube, wir können sonst nicht weg. Oh, ich spüre eindringen. In der Gebeingrube. Okay, das wird geraten, hier kommen gleich Zombies reingerutscht. Höh, hilf, ach Mist, ich wollte gar nicht runterspringen. Alter, Säuberer. Alles klar, Säuberer. Ist das eine widerliche Scheiße? Okay, wir müssen eigentlich die ganze Zeit nur rumtreten, oder? Ihr hebt euch, ma. Du kannst dann echt einfach nur von einem zum anderen rennen und kaputt treten. Ja, leider schaffen wir es ein paar. Na komm, gib mir deinen Kopf. Die trittst dann zweimal, ist auch okay. Aua. Oh, er hat mich gehauen. Er hat mich mit seinem Schäufelchen gehauen. Oh, oh. Okay, es werden dann jetzt... Hey, hey, keine Pirouettenbronnchen. Keine Pirouetten? Wow, hier geht was auf. Oh, ähm. Okay, warte, ich mach mal kurz Granate. Oh, ich werfe eine Granate. So. Oh, den hat richtig den Kopf abgerissen, dem Typen. Ah, hier ist ein Pfeil. Ach, hier geht's hoch wieder. Okay, aber hier ist auch ein Saferoom, oder? Da unten? Ja, da unten war ein Saferoom. Ah, hier gibt's eine Munition. Ach, guck mal, hier gibt's aber... was zum Interagieren. Okay, hier müssen wir sogar hin, so wie es aussieht. Ja. Ich interagiere hier mal. Jetzt. Ah, das Tür. Achso. Hä? Hier ist auf die andere Seite. Irgendwie müssen wir hier irgendwelche Sachen... Wir müssen interagieren mit Sachen. Wir müssen Sachen machen. Okay. Ah, ja. Lass mal weiterlaufen. Ja. Ja. Da müssen wir bestimmt gelangen. Ah, ja gut. Hier hoch, hier hoch. Zwei Wege. Hier hoch, ah ja, wir müssen hier hoch. Vielleicht, wenn man da interagiert, vielleicht passiert dann was mit den Zombies. Ja. Gut, versiegelt die. Äh, Kettensäge, höre ich? Ich höre Kettensäge. Ja, toll. Vielleicht hätten wir doch jetzt die anderen Zombies kaputt machen sollen. Weil wir sollten... Hier kommen sie nämlich schon. Oh, Granate. Außer sehen Granate. Wir kommen hier nicht mehr weg. Oh, ich kann sehen, Zombie. Rennen, renn an ihm vorbei. Fast recht, an ihm vorbei. Das ist aber die beste Taktik. Nein. Lä, 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 lä. Okay, ähm, werfen am besten eine Granate rein oder so. Okay. Ich sehe hier noch nichts mehr. Freunde, lasst euch von mir erschließen. Wie viel Zeit habe ich noch? Äh, 40 Sekunden. Oh, okay, okay, okay. Okay, vielleicht hätten wir doch erst die alle töten sollen und dann das nächste aufmachen sollen. Oh, Gott. Einer kriecht neben mir her. Wenn du hier reinkommst, hier liegt noch einer, der kriecht. Ah, ne, der hat aufgehört zu kriechen. Okay, alles gut. Hier liegt noch einer, der kriecht. Okay, hier geht was zu. Da senkt sich was ab. Wow. Fuck my life. Ähm, hier ist irgendwas runtergegangen, ne? Ja. Das geht jetzt wieder hoch? Wir können da jetzt wieder rein. Okay. Oh lol, Alter. Da sollten wir echt halt echt nicht langlaufen. Wir müssen die nicht drin behalten. Ja, aber wie willst du das denn machen? Wir können ja jetzt besser her schießen, glaube ich. Ja, wenn wir die totkriegen. Ja, machen wir es sonst auch mal. Schaffen wir es doch sonst auch mal. Meine Munition ist knapp. Okay. Mir geht es sogar, aber er ist halt hinter mir her. Oh, Helm ist ab. Sehr schön. Wer ist hinter dir her? Ja, geil. Ich habe keine Munition mehr. Leck mich. Ja, ähm. Nee. So, tot. Cop up. Okay, ähm. Hier oben gibt es Flint-Munition. Wir können aber jetzt noch ein Save-Room rein. Ach so, ja, okay. In den Trio-Zoha-Raum. Ah, das ist genau. Ich komme, ich komme. Ah ja, Munition. Na, richtig gut sieht der aber auch nicht aus. Na ja. Na ja. Ja ja. Wir haben bewaffnet, die Untoten werden bewaffnet und ausgebildet. Genau. Und sie kriegen ja einen Schipp in die Hand und sagen dann los, spring auf die Leuchte drauf, die noch leben. Hier, warte mal eben. Ich muss mir mal eben mit einem neuen Schnieper zulegen. Höh, wie geil. Hands off und dann so eine Hand, die festgenagelt ist. Ähm. Ich bin bereit. Ja, von mir aus können wir los. Sehr gut. Dann raus aus dem Trio-Zoha-Raum. Auf ins Gefecht. Weiter geht's. Wenn ich hier den ganzen Lärm schon wieder kriege, so viel. Rauchen verboten. Eieiei. Hier brennt es ja auch nur ein bisschen. Achtung, flüchtige Flüssigkeiten. Natürlich. Okay. Okay, da hinten ist irgendwie so ein kranker Stampfer. Was soll denn da vorne passiert? Und wie zur Hölle werden die Zombies gemacht, wenn hier irgendwas zusammengestampft wird? Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier wieder so soll. Ah ja. Sehr fragwürdig. Die Arbeitspraktiken in dieser Fabrik. Ja. Ob hier die UVV eingehalten wird? Ich weiß es ja nicht. Dem sollten wir mal nachgehen. Aber wir sind ja hier nicht die Prüfer, ne? Nee. Was sind wir denn dann? Kriegen wir eine Besichtigung? Oder was machen wir hier? Ja. Flüchtige Flüssigkeiten, okay. Vielleicht, oder, ähm, was könnte man noch sein? Wirtschaftsprüfer könnten wir sein, ne? Ja, genau. Wir haben keine Ahnung von Sicherheit, wir prüfen nur die Wirtschaftlichkeit dieser Firma. Genau. Und Wirtschaftlichkeit wird hier wirklich sehr groß geschrieben, sei immer, ne? Also Kosten-Nutzen-Faktor und solche Sachen. Pass rein. Tipptopp. Jeder Mitarbeiter wird voll eingebunden. Panzer-Zombies. PANZER! PANZER! Ziele erreicht. Das geht hier ab. Dann gibt's Bazookas. Verdächtig. Oh, da hat ein Preacher. Oh, vielleicht sollte man hier wirklich mal die Bazooka nehmen. Nimmst du die Bazooka? Ja! Dann nehme ich mir eben schnell die Preacher hier weg. Bääääää! Und ich wirfte... Alter! Da brauchst du aber wirklich für die Bazooka. Waffe leer, ne? Ah, Preacher läuft. Preacher läuft bei den Typen. Aber wie geil! Panzer-Faust ist super. So, meine Munition ist leer. Okay, schade, dann wirf ein paar Granaten da bitte rein. Jo. Ich halte uns hier mit der Preacher ein bisschen vom Nahkampf ab. Oh, die kam gut. Bam! Oh, dann ist der weggeflogen. Okay. So langsam reicht's aber auch, ne? Mit der Flinte kann man eigentlich ganz gut gegen die an. Ja. Beziehungsweise mit der Preacher halt auch. Au, au, au! Okay, bleib liegen, Kollege. Alter. Eieiei. Ich kümmere mich um die Kriecher. Okay, ich hab jetzt auch noch drei Schuss für die Preacher, leider. Alter, was, das war kranke Scheiße. Ich glaub, ich komm immer mehr, oder? Weil man kann hier rechts lang. Okay, lass mal probieren. Gleich so viel üblis am Arsch. Boah, ich hab ne 24er-Kombo einfach mal, ne? Nice. Bester Mitarbeiter. Weil... Wow. Alles klar. Hier, hier links läuft durch die Grün. Wir können hier runter. Ganz runter. Hier gibt's Munition. So, fürs Gewehren, das ist langweilig. Ähm, weil irgendwie... Wo zeigt denn jetzt das Metagramm hin? Weil das hat uns grad nach hier unten hingelotst. Ja, hier unten. Müssen wir hier weg? Oh mein Gott, ich hab da ein 25er-Kombo hier die ganze Zeit. Ich will sie nicht verlieren. Neues Ziel, wir zwingen den Wächter. Ja. Wir zwingen den Wächter. Natürlich. Der macht mir jetzt bestimmt meine 25er-Kombo kaputt. Ja, macht er natürlich. Du Arschloch. Okay. Ja, auf, Junge. Okay, von hinten kommen auch welche. Uiuiuiui. Ja, ich verblute bereits. Ja, ich weiß. Okay. Ja, toll, die kommen jetzt von überall. Da ist der Typ. Ich muss gucken, ob wir einmal im Kreis rennen. Das wäre ganz geil. Was gibt's hier? Ah, hier gibt's Granaten. Schön. Jetzt eigentlich die Stiel an Granaten. Boah! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, du heilst mich schon. Okay, von links kommt er wieder. Yo, lass mal rennen. Da links liegen Granaten. Yo. Ah, genau. Erster kommt. Achso, okay. Waaah. Okay, der Wächter wird, also der MG-Zombie wird jetzt... Ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Ach, geil. Geiler Typ. Hier kommen aber recht viele Zombies jetzt. Boah, geil. Da war 25er kommen, weil da hätte ich so viel draußen machen können. Verpiss dich. Aber das war ganz witzig mit dem Raketenwerfer, ne? Ja, mega. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe nur nicht, dass die jetzt alle hier runterkommen. Oh, da ist nämlich schon der erste von diesen gepanzerten Typen. Hier kommt jede Menge runter. Okay, ich sehe das zum Glück alles nicht so. Oh, oh. Okay, ich höre mal wieder eine Granate dahin. Ehm, eine folgt. Äh, Aua, Aua. Boah, die Typen, die hier auf dem Boden liegen, sind die teilweise richtig immer, ne? Oh, ja toll, ich verblute. Krass, weil der Typ, der auf dem Boden liegt, das ist einer von denen, ist dieser dicke Zombie. Der hält auch auf dem Boden viel mehr aus als ein normaler Zombie. Okay, krank. Aber das hier nicht mit einem Fuß dritten und so, ne? Ich liege halt in dem Mittelgang, ne? Ja, ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. Ach so. Ach du bist das. Ich dachte, das wäre immer noch ein Zombie, der neben mir steht. Wie finde ich die Musik aber komisch? Also gar nicht so auffällig wie sonst immer. Hinter mir war noch einer. Nein! Verpisst euch. Ich bin sofort schon wieder im Verblick, ne? Äh, von hier kommen sie auch. Ich drehe sie einfach um. Okay, kann man da nicht vorbeilaufen? Ja. Alter, hier kommen immer noch so viele. Scheiße, wir müssen irgendwie wieder rausrennen, glaube ich. Die überrennen uns hier langsam in dem Dreieck. Warum Dreieck? Das ist ein... Äh, ja, ne, ist natürlich kein Dreieck. Das ist natürlich Quatsch. Granate, wir können hier hochrennen. Das sind zwei Wege. Ach so. Ach so, ne, die Tore sind... Das Tor hier ist zu. Ne, ne, wir müssen zum Pentagram. Das ist einfach so ein Gang. Da können wir... Oh, loll, ich häng fest. Fuck. Fuck. Oh, Granate direkt vor uns. Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe Vorsicht hier weg. Ich habe eine Mine hingelegt. Ah, sehr gut. Oh. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass wir die so aufhalten. Ich habe auch noch eine Mine. Vorsicht, ich lege die nicht zu nah dran, sonst geht es wirklich in die Luft. Alter, das ist das Selbstloh, das wir hier machen, ne? So ein bisschen. Äh. Oh, nice. Preacher. Kann ich hier wieder ein bisschen Munition für die. Hier vorne ist es jetzt etwas überschaubarer geworden. Ich gehe mal wieder in die hinten die Ecke. Und jetzt einfach hinten hin zum Pentagram. Ja, ja. Ja, wir müssen das hier aushalten, denke ich, ne? Hey, nö. Ach, nee, warte mal, hier steht was. Ja, wir können da noch nicht ran. Was ist denn? Nur zu Granaten, um die Energiekern zu zerstören, du Five Nino. Oh, lol. So, aber jetzt ja. Nein, ich bin da verbluten. Ah, easy, easy. Mein Gott, und wir atmen hier rum. So, jetzt. Ganz schnell hier raus, würde ich sagen. Äh, wo bist du? Ich bin ausgelandt. Ich bin schon da vorne, okay, höchstlich. Ich komme. Oh, Leute, da hängt noch so ein dicker. Ja, ich war noch zwei. Rechts hoch, rechts hoch. Ach, da kann man hoch, ja. Boah, und wir, ne, die ganze Zeit am Rumhaben da, ja, wie machen wir es denn jetzt hier? Der produziert sich halt immer neue Zombies, ne? Ja, und wir stehen hier wie der letzte Vollidio. Zurück habe ich hier noch Preacher-Munition gefunden. Boah, echt, das hat uns ein bisschen das Leben gerettet. Ja, ein bisschen, ach, guck mal, hier kommen sie jetzt noch so rausgekrochen, kann man ignorieren. Puh, aber irgendwie kam jetzt gerade Musik, ich habe das jetzt gerade gar nicht so umgekriegt, weil irgendwie fand ich es ganz schön leise, um die Ging-Satz zu sonst. Ja, das war nicht so laut, die Musik. So, hier ist ein Safe-Room, gibt es ja gar nicht. Oh, nice. Boah, ei, ei, ei. Hier ist wieder richtig kranke Scheiße passiert. Ja. Lol, ich habe gerade Munition für Preacher aufgenommen. Warum? Was? Ach, cool, hier ist noch mehr Munition für Preacher. Ja, ich habe doch gar keine, warum kann ich Preacher-Munition aufnehmen? Na, weiß ich auch nicht. Ich bin freundlich, komm mal mit, was macht der denn? So, was hat denn eigentlich die Zeit? Ja, wir haben noch eine Minute. Eine Minute, ja, dann gehen wir erst noch mal weiter. Ja, eine Minute dreißig, genau. Ah ja, so, na ja, gut. Wir wollen hier nicht die Folge einfach so kürzen. Ne, 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 wenn, volle Länge nehmen wir mit, volle Länge. Ja, auf jeden Fall. Ne, der hätte so rumtreten können. Nein. Nein, nein. Was geht hier so? Achso, hier sind wieder so ein paar, die aufstehen. Aua, ey. Hey, du Skelett. Na. Hast du den vor dir auch, oder? Ne, ich habe da irgendwie einen vorgekommen. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Na, ich glaube, hier hoch dann. Ich würde auch sagen. Ach, ach, krank, was? Ähm. Dahinten steht er, ne? Jo. Was warst du da? Ich dachte, da kann ich eine Granate rauswerfen und einen krasen Multikill legen. Du willst jetzt aber diese Räuter auf uns aufmerksam machen, du spinnst ja. Mann, guck mal, ist das bescheuert. Oh, ganz ehrlich? Die, ähm. Alter, da steht einer auf einem brennenden Haufen mit Zombie-Köpfen aufgespießt. Was ist hier los? So eine einzige Rasse des Todes, mein Gott. We will bring forth not a new dawn, but an eternal night that will consume the world. Only the day will remain through this realm of darkness. Marsch out to crash the moon. Warte. Now, I will an Licht davon. Ah ja, nee, das ist wie so ein Fenster. Okay, hört ja auch mal irgendwann auf. Ja, das kannst du aber auch sehen, ne? Wenn du, ähm, seilig gegen guckst, ist einfach nur ein riesen Wohnzimmer praktisch. Ach, stimmt das. Boah, hier verschwindet in so einem riesen, fetten Portal. Naja, ich würde sagen, dass wir nach dieser epischen Rede... Mit diesem Highlight beenden wir diese wunderschöne Folge. Genau. Machen wir ein kleines Pausen hier, ähm, bei unseren Zombie-Freunden. Und ich würde sagen, nächste Folge wird dann wahrscheinlich, äh, die finale Folge, denke ich mal einfach. Könnt ihr mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Behaupte ich einfach mal. Ich hoffe, ich spoilere damit nicht zu sehr. Wow. Äh, in diesem Sinne, wir spoilern. Ich glaube, die haben uns bemerkt. Ich glaube es auch fast. Okay, kommen wir jetzt noch mehr. Ah, nee, das war es nur irgendwie der Raum. Klasse, das war ein Klassiker. Danke, wenn ich drin bleibe. Okay, jetzt machen wir mal ganz schnell den Schluss, bevor wir noch einen so komischen Hinterhalt geraten. Krass, ich glaube, das ist jetzt nur passiert, weil wir so lange hier rumgestanden haben, ne? Mein Gott. Können gut sein. Na gut, ähm, und mit dieser, äh, kleinen Überraschung, ähm, entlassen wir euch mal. Und, äh, bis zur nächsten Folge, ne? Ciao, Leute. Ciao. Ciao.